Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play zu Plants vs. Zombies. Heute hatte ich einfach mal wieder Bock auf den Paläontologen, weil ich den so richtig geil finde. Darum spielen wir ihn jetzt auch und haben hier auch gleich unseren ersten Kill geholt. Schön eine Heilung hier hin und weg mit uns. Und leider, leider, gehen wir da auch schon wieder down. Allerdings ein klein wenig, glaube ich, konnten wir tatsächlich einnehmen. Zwei Kills ist okay. Bin nicht ganz von Anfang an drin gewesen, aber wir sind hier nach wie vor beim ersten Garten. Die Pflanzen halten einigermaßen gut. Und ja, wir gehen jetzt einfach mal gemütlichst rein. Ja, läuft Leute, läuft. Gleich wieder gefressen. Nice, so muss das sein. Im Garten drin und tot. Macht nichts, macht nichts. Wird schon noch. Wäre gelacht, wenn wir den Garten nicht kriegen würden. So. Und rein mit uns. Hier ein bisschen Heilung hin. Gut. Und weg. War das schon wieder so eine Kackmine? Äh. Erbse. Ja. Ist der immer noch da oben? Nein, aber er macht einen Maisangriff. Nervtöten. So. Gut, 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 gut. Wir laufen jetzt. Dann nochmal weiter. So. Und weg damit. Hier mal ganz kurz ein bisschen. Ein bisschen heilen. Und hier. Wer zum Teufel pimmelt mich da so fies an? Eine Heilstation, wie er ganz nice eigentlich. Aber gut, ein bisschen Ziel konnten wir erobern. Ein klein wenig Garten hat uns gehört. Ist okay, ist okay. Ich spawn mal hier schon ein Teleport vorbei. Schön. Und. Er hat den anderen gefressen. Und ich krieg nur eine Vorlage. Sehr schön. Wie mich die Erbsen-Sombrero-Bohne noch erwischen konnte. Keine Ahnung. Die war ja immens weit weg von mir. Und irgendwie, wie gesagt, läuft es heute gerade nicht so ganz. Ich weiß nicht. Es gibt heute Tage. Da will es einfach nicht laufen. Schon wieder irgendwelche Arschgriffe am Snipern. So. Ein bisschen Heilung hier. Komm, stirbt, wie gesagt. Wahrscheinlich werde ich heute mal wieder der Vorlagenmeister. Nein. Nein. Denk gar nicht dran. Ich will nicht respawned werden. Vor allem nicht da. Da hinten. Gammelt schon wieder eine Sonnenblume rum. Danke. Das nehmen wir auch noch mit. Einfach zwecks Punkten. Na, Schnapper. So macht man sich Freunde. Den Last Shot holen. Da wird man sehr schnell beliebt. So. Irgendwo höre ich hier einen Schnapper. Komm her, Sonnenblume. Mein Kill. Okay. Da hinten war schon wieder eine Chili-Bohne. Und noch eine. Ja, ich weiß. Hier macht man kein Respawn. Verdammt. Ich habe ihn nicht gesehen. Nein. Hier macht man immer noch kein Respawn. Manchmal dauert es echt zu lang, bis dieser Respawn-Button kommt. Und irgendwelche Vögel denken, sie müssen sich auf dem... am Spawn-Punkt. Am Spawn-Punkt. So. immer schön in den Garten rein sprayen. Jetzt vielleicht ganz kurz verpissen. Und hier ein bisschen Heilung. wenn die Team-Mates einem im Weg rumstehen. Kotz-Wirk-Ads, Leute. Ernsthaft. Ab und an hat man echt das Gefühl, das Team spielt gegen einer anstatt für einen oder mit einem. So. So, wo ist er? Komm her, mein Freund. So. Ich brauche hier auf jeden Fall noch ein bisschen Heilung. Wow, 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 wow. Heilung, Heilung. Ernsthaft. Viel Heilung. Und Maisangriff. Und nicht funktionierende Maus. Geil. So. Nichtsdestotrotz bräuchte ich jetzt ein bisschen. What the fuck? Sag mal, was sniper denn hier so? Diese beschissene... Wahnsinn, Leute. Da hinten, irgendwo, strahlt die Sonnenblume gewaltig her. Gut. Wo ist er? Da ist er. Und ich spawne richtig schön in eine Kartoffelmine. Oder Sombrero-Bohne offensichtlich. Nice. Und der Teleport ist auch da. Und da ist er wieder. Schön warten, bis ich mein... Stirb! Ja, ich bin jetzt schon ganz schön verlangsamt von diesem Kack. So, wir nehmen ein bisschen ein mit One Health. Ist nicht wirklich viel, aber ich kann leider momentan gerade keine... Ja. Heilstation stellen. Ja, Kills-technisch geht's aufwärts. Aber wie gesagt, ist jetzt nicht heute mein bestes Spiel. Naja. Gibt schlimmeres, Leute. Wenn irgendeiner denn so gnädig wäre... Ähm... Die Mine da... Äh, die Drohne da oben wegzuholen. Das wäre mega awesome. Okay, weg. Wie gesagt, die Teammates geben mir gerade ein ganz klein wenig auf den Keks. Oh! Stirb! Affe! Das größte Problem sind gerade echt... Also einmal meine nicht funktionierende Maus. Und... Ähm... Die Drohnen. Die Drohnen stresst gerade echt gewaltig rum. So, ein bisschen einnehmen. Und schön in eine Falle reinlaufen. So macht's richtig Spaß. Wow, wow, wow. Ich würde ja sehr gerne eine Heilstation stellen. Aber... Jetzt geht's endlich. Und das war's. Steht die Heilstation noch? Jep, steht noch. Leider nicht, ne? Aber hier ist gleich der Nächste. So macht's Spaß. Und da ist doch gar einer vor mir da hier. So. Gut. Gut. ok der erste ist drin so muss das sein und schaffe ich schaffe ich schaff es sehr schön leider noch kein teleport und ich glaubt die kanonen stehen auch noch alle macht nichts kriegen wir schon hin kriegen wir hin ich bin optimistisch und noch einer und ich versuche jetzt einfach da schnell wieder rein zu reinzukommen und habe es auch geschafft weil wenn die so weitermachen dann haben sie auf jeden fall keine chance was macht denn der kaktus hier zu spät gesehen so ein arsch ernsthaft leute das ist ja so ziemlich das arschigste was überhaupt geht selbstmord machen aber davor noch eine mine auf dem eingang zum teleporten ja ein gewonnenes match ich will mich nicht beschweren hat spaß gemacht war lustig und ging schnell vor 13 minuten das ist okay kann man kann man mit leben scheinbar ist noch einer ins anwesen gerade reingekommen 13.500 punkte ist auch okay kann man auch mit leben ja 16 kills ist jetzt nicht meine bestleistung kann man aber auch mit leben so leute ich habe spaß gemacht vergesst die videobewertung nicht schreibt mir fleißig kommentare weil sie von dem paläontologen haltet ist immer noch einer meiner absoluten lieblings charts und wir sehen uns beim nächsten mal vielen dank fürs zugucken bis dahin